Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute drehen wir das Video zu Hashtag unbeschönt aus dem Monat Dezember und da geht es um geheime, unbekannte Off-Camera-Favoriten. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Auch dieses Jahr gab es jedes Jahr zum Monatsende ein Video, wo die liebe Sarah, Isabel und ich, das ist eine wundervolle Freundin von mir, die ich auch schon ein paar Mal persönlich treffen durfte und hoffentlich im kommenden Jahr auch weiterhin treffen kann. Mal gucken, wie es so die ganzen Umstände zulassen. Haben wir auf jeden Fall für euch gedreht und uns jedes Mal ein nettes Thema überlegt, um das mal so zu sagen. Und diesen Monat geht es jetzt so um Favoriten. Letztes Mal ging es um eure Favoriten und jetzt haben wir mal unsere rausgehauen. Gut, ich bin jetzt nicht so super verschwiegen, sodass ich euch eigentlich immer so ziemlich intensiv auf meine Favoriten hingewiesen habe und euch sie gezeigt habe. Aber vielleicht kann ich euch auch ein Stück weit erklären, warum das so ist. Das sind im Prinzip auch so Produkte, zu denen ich gegriffen habe, wenn ich mich mal eben schnell auch fertig gemacht habe, für was auch immer. Mal eben zum Beispiel jetzt heute ist es so, dass wir zu meiner Mama fahren. Es wird Weihnachten gefeiert und das sind halt die Produkte, zu denen ich dann eh greifen würde. Und ich starte einfach mal mit dem Nabla Angel Aura Primer. Sammy ist natürlich auch mit am Start. Aber das ist ein Produkt, nicht nur zu dem ich so oder so greife immer wieder, sondern was ich auch schon so vielen Menschen empfohlen habe in meinem Umfeld, sowohl privat als auch wenn ihr mich so fragt, was für Primer ich halt blind empfehlen würde, wäre das definitiv dieser hier. Und ich habe den zum Beispiel von Peerish zugeschickt bekommen. Da könnt ihr jetzt auch im Interview Sale mit Claudius wird noch mal 10% on top sparen. Übrigens auf alles. Auch auf die ganzen Bundles, die es da gibt. Sei es die von Be Perfect oder die von Chiquitas Place. Und da sind wir auch schon bei meinen nächsten Favoriten. Meine Kooperationspartner und meine Kolleginnen und Kollegen. Denn das waren tatsächlich auch die Leute, was nicht geheim ist, Leute, die mir in der Heckzeit auch ein Stück weit den Poppers gerettet haben. Genauso wie ihr. Also die halt einfach auch für mich da waren und trotz der schwierigen Zeit einfach mir unter die Arme greifen konnten. Und da bin ich halt einfach super dankbar für. Das kann man nicht anders sagen. Und ja, ein wundervolles Produkt. Als nächstes habe ich hier von L'Oreal die Perfect Match Nude. Das ist diese Serum Foundation in der hellsten Farbe, die es so gibt. Da gibt es leider nicht so allzu viele von. Und ja, aber es ist ein super tolles Produkt, wo man nicht groß drüber nachdenken muss. Also ich, das kann ich mir einfach auftragen und glücklich sein. Trage ich mir dann immer so ein bisschen was auf. Und je nachdem, wie viel Deckkraft ich so brauche, kann ich das notfalls aufbauen. No-Brainer Pinsel. Definitiv die von Maxim und auch die von Laetitia Leemark. Also er hat ja zum Beispiel auch mit Laetitia ein Pinselset in Kooperation rausgebracht. Was ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann. Da sind wirklich, wirklich gute Pinsel drin enthalten. Nun, also die Foundation ist halt für mich für den Alltag perfekt. Weil die sich so leicht verteilen lässt, einblenden lässt. Und auch mit allen möglichen Primern zusammen funktioniert. Mit allen möglichen anderen Sachen, die ich so drüber gebe. Und die ist eigentlich eher so ein Hauch von. Aber wie gesagt, man kann sie, wenn man möchte, ein bisschen aufbauen. Aber das wirkliche Abdecken hier von Mr. Fried-Geschichten, das übernehmen dann die Concealer. Was ich halt auch positiv an dieser Foundation finde, ist, dass die noch hautpflegende Eigenschaften halt mit drin hat. Und somit der Haut noch ein schönes Finish so verpasst. Ich glaube, für unter meinen Augen nehme ich dann diesen hier nur von Uncorrupted Beauty. Das ist einer, den ich jetzt auch in der Kooperation bekommen hatte im Laufe des Jahres. Aber ich muss wirklich sagen, das ist ein krasser Concealer. Also ich finde den sehr, sehr schön. Sehr, sehr empfehlenswert. Und ja, der funktioniert bei mir optimal. Welche Farbe habe ich eigentlich? Die Farbe Fair. Den benutze ich meistens aber wirklich nur an der Augenpartie. Also alles, was so Rötungen und so weiter angeht, erfordert ein bisschen mehr Deckkraft. Je nachdem, wenn ich halt keine Rötungen habe, also nicht jetzt gerade in meiner Erdbeerwochensaison bin, dann brauche ich jetzt nichts weiter auf meinem Gesicht. Aber da habe ich auch immer wieder zu dem Urban Decay gegriffen. Das ist der Stay Naked Quickie Concealer in der Farbe 20NN. Der hat halt eine super krasse Deckkraft. Und ja, den trage ich mir dann direkt immer so auf. Und je nachdem, wie hoch ich die Deckkraft haben möchte, kann ich den einfach so mit dem Finger erst mal eintapern. Dadurch hast du halt immer eigentlich maximale Deckkraft, ne? Und dann halt mit dem Schwämmchen oder mit dem Pinsel, je nachdem wie man möchte, das Ganze noch einblenden, sodass da die Übergänge auch etwas entspannter sind. Unumstritten ist glaube ich auch, dass ich die Produkte aus meinem Project Pen größtenteils sehr, sehr lieb gewonnen habe. Zum Beispiel hier von Nehe den Liquid Bronze, den habe ich in der hellsten Farbe. Und der ist einfach so easy. Mit dem mache ich so eine Art, wie nennt sich das, Under Contouring oder so. Also ich nehme mir halt was drauf und habe das dann unter meinem, also ist es ja nicht unter der Foundation, aber ich habe es unter dem Puder und so und mache nachher halt auch noch einen cremigen Bronzer drüber. Aber das ist, ja, also ich finde es schön und ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Bei mir hält dadurch halt auch die Bronzy-Geschichte total gut und es sieht relativ natürlich aus. Ja, das mag ich einfach. Also ja, ich verwende jetzt einige Produkte aus meinem Project Pen. Das ist hier zum Beispiel auch von Ilia, der Blush in der Farbe Cheek to Cheek. Das sind einfach wirklich Dinge gewesen, die ich über das ganze Jahr auch wirklich kontinuierlich verwendet habe. Diesen Blush habe ich lieben lernen wollen, wie auch immer. Also ich habe halt gesagt, komm, wir beide, wir werden jetzt Freunde und ich werde dich irgendwann mal aufbrauchen. Und ich habe ihn lieben gelernt, weil ich die Farbe einfach unglaublich schön finde und auch wirklich zu jeder möglichen Jahreszeit passend. Und das verbindet sich auch sehr schön mit dem Liquid Bronze. Und dementsprechend fand ich den klasse und bin jetzt auch schon fast schade, traurig drum, dass der mir fast schon aufgebraucht ist. Also ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr noch schaffen werde oder ob es im Januar dann der Fall sein wird. Ja, mein Project Pen ist definitiv auch eine Sache gewesen, die mich ein Stück weit animiert hat, Produkte auch mehr zu verwenden. Genauso auch hier mein Highlighter. Aber ihr habt die Produkte wirklich sehr, sehr häufig gesehen, weil ich sie echt intensiv auch verwendet habe, weil ich sie sehr gerne mag. Also die sind einfach in der Handhabung und auch dieses, ich trage mir erst cremige Texturen auf, sette das Ganze und gebe mir das dann nochmal als pudrige Texturen auf, hat mir wirklich auch geholfen, wenn ich lange unterwegs bin oder wenn ich, keine Ahnung, irgendwie sehr, sehr viele Videos, ich habe ja teilweise 10, 12 Videos an einem Stück gedreht, ne. Wenn man das halt so hat, dann ist es halt wichtig, dass man sich überhaupt keine Gedanken darüber machen muss, ob jetzt irgendwie das Gesicht verrutscht, abstempelt oder sonst irgendwas. So ist auch dieser Eyeshadow Base von Essence volle Elle in mein Herz gekommen. Die habe ich schon so ewig in Anwendung und immer wieder beschwere ich mich darüber, dass Essence die nicht im Standardsortiment hat und immer tatsächlich irgendwie auch nur gute Eyeshadow Bases in Limited Edition raushaut, das finde ich schade. Auch so zum Beispiel mit Merve, ne, das ist ja auch eine ganz gute LE gewesen. Naja, aber ich muss wirklich sagen, dass ich dieses Jahr viel, viel mehr auch wieder angekommen bin hier auf YouTube, dass ich viele Menschen kennengelernt habe, wo ich so happy drüber bin, sowohl von euch, also von meinen Zuschauern, als auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, aber das hängt auch damit zusammen, dass es überhaupt erst wieder diese Events gibt, ne, dass ich auf Events dann auch Menschen getroffen habe, die Reise nach Malaga und nach Hamburg und, ne, dass ich halt auch verschiedene Orte besuchen durfte. War schon ziemlich cool. Das hat mich sehr, sehr happy gemacht. Hier habe ich jetzt von By Terry das Hyaluronic Tinted Hydra Powder in der Farbe Rosy Light. Das verwende ich einfach gerne unter meinen Augen. Das ist auch hier in meinem Schminktisch immer so drin und dafür verwende ich am liebsten halt einfach so ein Puffelding. Auch das ist einfach so eine Sache, die sich jetzt dieses Jahr bei mir sehr eingebürgert hat, dass ich das halt auch in meine Hand-Innenfläche einarbeite und dann direkt unter meine Augenlider, doch auf mein Augenlid gebe, einfach damit ich da schon mal, ja, dem Ganzen entgegenwirke, dass da gegebenenfalls vielleicht doch einfach durch Gesichtsbewegung, Lachen zum Beispiel, Reden, und ich, ja, ziehe auch manchmal eine Grimasse oder so, dass da einfach nichts verrutschen kann und alles an Ort und Stelle bleibt, vielleicht einfach schon lebhaft aussieht, aber nicht zu lebhaft, wenn man das so nennen kann, ich weiß es nicht. Und, ja, genau, das ist auf jeden Fall eine Technik, die sich auch so eingebürgert hat und die ich einfach sehr gerne verwendet habe. Und das freut mich einfach, dass es alles sich so ändert und funktioniert, ne? Genau, auch so ein bisschen mit den Resten gehe ich dann so an den Nasenflügeln entlang. Hier habe ich dann halt auch, wenn ich lache natürlich, Lachfalten, dass da halt nichts reinkriecht oder so. Genau, und dann habe ich quasi jetzt schon mal grob mein Gesicht gesettet. Ich habe jetzt als festes Puder etwas, was eigentlich relativ problematisch ist. Im Sommer habe ich es geliebt, ne? Jetzt im Winter ist es ein bisschen schwierig. Von Catrice dieses Poreless Perfection Schlag mich tot. Das ist halt etwas dunkel. Also muss man mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Und da nehme ich mir dann einfach mal lieber einen etwas fluffigeren Pinsel. Und sette damit leicht mein Gesicht. Genau, also jetzt ist es eigentlich ein bisschen dunkel. Aber es sind halt auch meine Favoriten, die ich ganzjährig halt auch so sehe, ne? Dann hat man natürlich bei den Base-Produkten das ein oder andere, was nicht ganz so farbtechnisch unterwegs ist. Und ja, hier sehe ich jetzt einfach zu, dass ich auch hier leicht meine cremigen Texturen sette, damit nichts verrutscht oder so. Und wenn ich gleich meine pudrigen Texturen auftrage, dass da nicht die Möglichkeit besteht, dass das fleckig wird aufgrund von Konsistenzen, die da drunter sind. Ja, hier sind wir auch wieder bei dem Event, ne? Da habe ich hier von Riva Loves Me in Kooperation mit Maxim den Highlighter bzw. den Skin Enhancer. Das ist einfach easy, dass man sich das Produkt aufnimmt und komplett übers Gesicht gibt, damit man nochmal Strahlkraft bekommt. Weil dieses Poreless Perfection Powder von Catrice ist zum Beispiel auch sehr, sehr mattierend. Und hier wirke ich dem Ganzen einfach nochmal ein Stück weit entgegen. Und ich finde es einfach klasse, dass Maxim es geschafft hat, so ein Produkt in die Drogerie zu bringen. Vor allem, wenn man bedenkt, das ist eigentlich eher so Hourglass, MAC, ne? Das sind so die Firmen, die solche Produkte haben. Das heißt, da sind wir in einem Preissegment, was das zehnfache kostet. Und hier leider bislang nur in der Limited Edition, aber vielleicht kommt es ja auch irgendwann mal in ein Standardsortiment. Beim Bronzer bin ich auch wieder bei Nabla, da habe ich den Skin Bronzing in der Farbe Ambra. Das ist halt auch so ein No-Brainer. Also wenn ich, wie gesagt, mal eben schnell, dann weiß ich, okay, das Schätzelein wird auf jeden Fall gut funktionieren. Ist ähnlich wie von Hatti zum Beispiel. Der Bronzer, falls ihr den nicht in eurer Farbe mehr kriegen solltet, habt ihr hier eine gute Alternative. Aber zu Hatti komme ich gleich tatsächlich auch nochmal. Ja, also das ist ein leichter Bronzer. Also ich habe jetzt hier nicht so super krass dunkel in meinem Gesicht. Aber es gibt einen leicht aufwärmenden Effekt, der aber nicht so super, super matt aussieht. Im einen oder anderen Moment, wenn ich es halt intensiver haben wollte, habe ich das dann auch gerne zum Beispiel kombiniert mit dem Too Faced Milk Chocolate Soleil. Aber jetzt gerade habe ich einfach Bock, ein bisschen glasiert auszusehen. Deswegen passt das Produkt einfach sehr gut. Und ja, das lässt sich halt einfach auftragen. Gibt nicht super viel Produkt ab, aber es funktioniert ganz gut bei meiner Haut. Bei dem Blusher bin ich ein bisschen, tut mir leid, den werdet ihr nicht mehr bekommen, weil die Marke gibt es auch gar nicht mehr. Rival de Lupe Young ist ja der Vorgänger von Rival Loves Me. Tropical Heat Blusher. Also wenn ich wirklich irgendeinen Blusher greifen wollte, wo ich wollte, dass er funktioniert, war es immer noch der hier. Den habe ich euch auch schon sehr, sehr häufig gezeigt. Genau, und den trage ich mir einfach auf. Der ist auch wiederum nicht zu super krass intensiv. Der ist auch nicht super, super matt. Der hat auch einen leichten Glow mit drin. Ich mochte halt immer dieses Glowy, Powy, Flowy und mag einfach auch sehr gerne diesen Blush. Mittlerweile ist der nicht mehr so von der Qualität, wie er damals mal war. Aber trotzdem ist der nach wie vor einfach immer wieder, dass ich dann in meine Sammlung greife und den nehme. Und ich habe so viele unterschiedliche da. Aber bei manchen ist es so, dass ich mir denke, der ist zu wenig, der ist zu viel, der hat zu viel Schimmer, der ist mir zu matt. Und bei dem hier weiß ich einfach, dass es genau das ist, wie ich es haben möchte. Also wenn ihr da eine gute Alternative zu habt, zu einem Produkt, was wie dieses hier ist und was es halt einfach noch zu kaufen gibt, super gerne in die Kommentare. Weil es macht natürlich Sinn, wenn ich euch Produkte zeige, hier auch in Videos, die es dann noch geben würde. Beim Highlighter immer wieder hat die Schmidt Labs so ein geiles Produkt in der Farbe Fair. Dieser Highlighter ist einfach bombastisch. Kann man wirklich nicht anders sagen. Hier weiß ich einfach, dass wenn ich ihn aus dem Schrank nehme und auftrage, dass er mir gefallen wird. Also der passt. Der ist für mich halt wirklich einfach nur so, okay, ich mache jetzt hier so ein bisschen Glow drüber. Es glitzert nicht. Ich muss keine Angst haben mit Sonne oder mit wo ist das Licht und so weiter. Und was ich halt auch ganz gut bei dem finde, der ist haltbar. Also der wird mir auch über den Tag erhalten bleiben und nicht jetzt irgendwie verschwinden. Und das hast du auch nicht bei jedem Highlighter. Und ich finde den extrem schön. Ich habe jetzt sehr viel Glowy Sachen drauf, aber der ist sehr harmonisch. Ja, dann habe ich hier noch meinen Augenbrauenstift, wo ich sehr, sehr überrascht von war. Von Yves Rocher in der Farbe Blond. Ich hätte nicht gedacht, dass mich Yves Rocher so glücklich machen würde. Klar habe ich auch noch andere Augenbrauenstifte, die ich gerne verwendet habe. Aber hier war ich so erstaunt, dass er so lange hält. Und die Farbe ist auch vollkommen solide. Also da kann ich mich wirklich gar nicht beschweren. Und ich mag ihn einfach. Also natürlich auch von Catrice in der Farbe 015 Eschblond müsste das sein. Der Micro Precise, aber der ist halt super schnell aufgebraucht. Genauso auch der von Essence. Den gibt es ja auch in diesem Blondton, der perfekt ist. Aber die sind so schnell aufgebraucht. Zwei Wochen und zack, die sind leer. Den habe ich seit Monaten in Anwendung. Und du bekommst hier halt echt viel für dein Geld. Und deswegen wollte ich den definitiv mit ins Video reinnehmen. Auch wenn die Farbe nicht perfekt passt. Und ja, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr empfehlenswertes Produkt. Was ich halt auch einfach schon seit Ewigkeiten verwende. Und deswegen war es klar, dass es mit reinkommt. Übrigens hatte ich euch letztens erst mal einen Tipp verraten, dass wenn ich eine Foundation halt austeste oder so, die mir zu dunkel ist, dass ich zu dieser hier greife von Rare Beauty, um sie mit rein zu mischen. In der Farbe 120C. Es ist sehr schwer für mich, eine Foundation zu finden, die zu hell für mich ist, um es eben dafür zu verwenden. Und das ist halt bei der auf jeden Fall der Fall. Und deswegen wollte ich die auch noch mal kurz in diesem Video erwähnen, weil das ist auch etwas, was dann hinter der Kamera passiert, wenn ich mich mal wieder durch meine Foundations durchteste und merke, okay, die ist super von der Konsistenz. Aber halt jetzt gerade im Winter, wo ich halt die absolute Blässe habe, viel zu dunkel für mich, dass ich die dann halt mit rein bastel. Um halt alles etwas ebenmäßiger zu haben, was mehr oder weniger gelingt. Auch das Produkt, eigentlich kein geheimer Favorit, der Superglue von Catrice. Der war ja Ewigkeiten immer wieder ausverkauft. Mittlerweile kann man den wirklich auch so bekommen, was ich sehr gut finde. Und der tackert wirklich. Also der, nee, der betoniert. Das ist nicht nur tackern, das ist unglaublich. Da werdet ihr euch ein bisschen wundern, dass wenn ihr euch abschminkt, dass ihr wirklich Beton-Augenbrauen habt. Also nicht wundern. Das ist normal. Da muss man das halt ein bisschen, in Anführungsstrichen, einweichen lassen oder durch Double Cleansing halt runterbekommen. Der hält und hält und hält. Und das finde ich perfekt, weil ich meine Härchen ja gerne irgendwie in Form bastel. Und dafür ist der ganz gut geeignet. Ja, als Lidschattenpalette habe ich jetzt so keinen klassischen Favoriten irgendwie. Aber ich habe Natascha Denona dieses Jahr wirklich sehr in mein Herz geschlossen und die ganzen grünen Looks, die ich halt immer so schminke. Und das vereint diese Palette. Das ist die Retrogram Palette. Und damit kann ich einen super einfachen Grünlook schminken, den ich auch wahrscheinlich sogar schon online gestellt habe, dass ihr den auch schon irgendwann mal, als ich die ausgetestet habe, gesehen habt. Damit geht es jetzt sehr einfach. Also nehme ich mir zuallererst hier diesen hellgrünen Ton Fringe und platziere mir den komplett auf meinem beweglichen Lid und ziehe den auch oder blende den auch ein bisschen so nach oben. Ich setze mir den auch etwas an meinen unteren Wimpernkranz. Dann wird ein klitzekleines bisschen abgedunkelt, hier mit dem Ton Sage. Auch hier natürlich derselbe Pinsel, weil ich ja nach wie vor pinselwaschfaul bin. Und den setze ich mir hier außen an und blende den auch leicht mit in die Lidfalte. Das soll nur so einen leichten Schatten geben. Wenn ich jetzt nicht den NYX Glitterglow verwenden würde, dann würden alle sagen, Claudi, was ist los mit dir? Der ist aber fast leer. Das sage ich jetzt schon seit ein paar Videos. Ist aber so. Also ihr werdet den auch jetzt in den nächsten Tagen im Aufgebrauchtvideo sehen. Ich quetsche da noch den letzten Rest raus irgendwie, den ich bekommen kann. Und gebe mir das wirklich total simpel einfach auf mein bewegliches Lid und ein bisschen höher. Einfach damit dann über den Tag nichts runterkrümelt und damit halt auch die Töne etwas mehr strahlen können. Das hilft einfach auch im Innenwinkel ein bisschen. Und der ist transparent. Der trägt auch jetzt nicht den Lidschatten ab oder so. Und dadurch ist es halt wirklich für mich perfekt. Und ich brauche davon definitiv Nachschub. Und dann nehme ich mir hier den Tag, äh, den Tag, den Ton Palladian. Das ist ein wunderschöner mintgrün Schimmerton. Der passt halt einfach hammermäßig zu dem, was ich auch immer wieder gemacht habe. Und da ist es wirklich total irrelevant, welches Preissegment an Palette ich verwendet habe. Sobald ich halt in der Art und Weise diesen Look so geschminkt habe, mit diesem beiden hellgrünen Ton und einem minimal dunkleren Grünton, dann einen grünen Schimmerton irgendwie noch aufs bewegliche Lid gepackt. Wenn man Lust hat, noch ein bisschen außen, aber da kannst du auch halt mit dem Pinsel, was da dran ist, noch ein bisschen reinblenden, ne? Dann hast du da auch nochmal den Blend. Und dann in den Innenwinkel halt hier, in dem Sinne Flutter, das ist auch so ein perfektes Inner-Corner-Highlight, dann hat man einfach schon mit vier Tönen einen Look, der Kabam macht. Und der ist einfach so simpel. Also ich brauche da, keine Ahnung, jetzt für den Lidschatten-Look keine fünf Minuten. Und das ist einfach großartig. Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr dann halt das Inner-Corner-Highlight macht, einfach den Ton so ein bisschen hier noch mit drauf zu ziehen, dass die halt miteinander verblendet sind. Das öffnet das Auge halt optisch noch ein bisschen mehr, ne? Und das war es schon. Mein absoluten Lieblings-Eyeliner, den ich dieses Jahr so entwickelt habe, kann ich nicht mit reinnehmen, weil der leer ist. Das ist der von Physicians Formula gewesen. Den gibt es aber auch nicht mehr mit diesem Growth Booster. Alternativ verwende ich mal den von L'Oreal. Der hat nämlich auch so eine Spitze. Der hat zwar nicht diesen Wimpern-Gedönsen-Effekt, aber der hat halt auch diese Pinselspitze. Und das ist halt etwas, was ich großartig finde, womit ich persönlich am besten zurechtkomme und wo ich mir halt sehr simpel einen Eyeliner mitziehen kann. Einfach so ein kleiner Mini-Wing mit dabei. Nichts Wildes. Und ja, mir persönlich gefällt das halt einfach richtig, richtig gut. Gut, auch das Ding, Upsula, Setting Spray, was ich sehr, sehr geliebt habe. Auch das aus der Limited Edition zusammen mit Maxim habe ich nicht mehr hier. Aber repräsentativ dafür kann ich ja zum Beispiel das hier verwenden von Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray. Sehr ähnlich, aber sehr, sehr geil. Also und sehr, sehr geil. Das hinterlässt halt auch nochmal so ein richtig schönes Dewey-Finish. Also auch wieder hier der Glow, der mich dieses Jahr begleitet hat und inspiriert hat und glücklich gemacht hat. Wimpern-Sange muss ich euch definitiv die von Catrice zeigen. Die ist einfach großartig. Die hat diese Zacken vorne mit drin. Ist super günstig. Aber ich persönlich finde, dass es einfach die beste ist. Nicht nur, weil sie die Wimpern optimal bei mir biegt und halt auch zu meiner Augenform sehr gut passt, sondern auch, weil ich sie sehr safe finde. Also ich habe hier nicht so dieses, was man öfters mal bei Wimpern-Zangen hat, dass die, das hört sich so schlimm an, dass die Augenhaut vom oberen Lid mit reingeklappt wird und dann wehtut, wenn man es halt schließt. Also das ist hier sehr wenig der Fall. Also das habe ich so ungefähr gar nicht. Klar, ich verwende natürlich auch die Wimpern-Zange sehr häufig, sodass ich da auch ein bisschen mehr die Übungen halt drin habe. Aber ich kann sie euch wirklich vorbehaltlos empfehlen, weil ich persönlich finde, ja, sie sieht martialisch aus, wie auch gleich die Mascaras, die ich euch zeige. Aber sie ist super einfach in der Anwendung. Und ich glaube, ich mache das jetzt auch nicht mit 1. Schicht, 2. Schicht, 3. Schicht, weil ich jetzt zwei meiner absoluten Lieblings-Mascaras mische. Und das habe ich halt auch im Alltag immer sehr gerne gemacht. Sowohl die Nabla Vicious als auch die Misauda Big & Thick Lashes. Ich habe nur zwei Augen und ich möchte das jetzt einfach mal so. Ich habe auch sehr, sehr viel die Magstack-Mascara zum Beispiel verwendet. Aber diese beiden sind auch schon seit Jahren in meinem Herzen. Die ist dieses Jahr ein bisschen mehr auch mit reingehüpft. Und das Ganze ist sehr anwenderfreundlich, wenn man das halt auf die Art und Weise macht, wie ich euch das zeige. Die Nabla Vicious Mascara hat ein Würstchen, wo auch immer sehr, sehr viel Farbe dran kommt. Und das ist super. Und das macht sehr viel Freude, damit zu arbeiten und die Wimpern zu Wawawum-Lashes werden zu lassen. Aber manchmal habe ich das Bedürfnis, noch mal durchzukämmen. Dann habe ich irgendwann mal aus Zufall zu dieser hier gegriffen, die auch solo total super ist. Aber die ist halt wirklich toll, dass sie die Wimpern trennt. Und so habe ich jetzt zwei Mascaras, die zusammen sehr gut arbeiten und einfach einen schönen Job machen. Und ja, genau, das wollte ich euch mal zeigen, wie intensiv das wird, wenn man die beiden krassen Viecher miteinander kombiniert. Ich nehme jetzt erstmal nur die Misauda Big & Thick Lashes. Und dazu habe ich euch ja auch schon ein Short abgedreht und auch ein komplettes Video über Wawawum-Lashes, wie ich halt so meine Wimpern krass werden lasse. Und ja, also bei mir ist halt mehr, mehr. Das ist immer so meine Einstellung des Ganzen. Dementsprechend mag das nicht jeder, aber ich stehe da halt voll drauf. Und wenn ich das halt auf diese Art und Weise mache, weiß ich halt immer wieder, es wird krass. Und das ist halt das, was ich halt auch super gerne mag. Ich finde es auch schön irgendwie, wenn ich auf meine Wimpern angesprochen werde, weil ich da auch ein Stück weit stolz drauf bin. Jetzt kommt die Nabla Mascara über die Misauda Mascara und dann nochmal die Misauda Mascara drüber. Und eigentlich reicht das schon. Also das ist schon, ich liebe es. Ich finde es einfach bombastisch, ich finde es großartig. Ich liebe es, wenn meine Wimpern betont sind. Man könnte hier noch weitermachen, also dass ich noch eine Schicht von der Nabla mache und noch eine Schicht von der Misauda. Das mache ich auch sehr, sehr oft. Aber ich finde, dass es so einfach großartig aussieht. Kann ich nicht anders sagen. Und das sind ja auch meine Favoriten, meine favorisierten Techniken, wie ich es halt einfach gerne im Alltag auch mache. So ein bisschen Pazeritis kann ich immer mit dem Spoolie einfach rausbürsten. Zack, die wappt die. Und dann einfach noch zum Abschluss ein bisschen hier, was von meinem Dominique Cosmetics Peach Tea Lip Gloss. Der ist im Project Pen, aber ich finde den wundervoll. Den kannst du zu allem kombinieren. Auch mega geil sind natürlich Lippenöle oder so, aber alles, was so ein bisschen nass auf den Lippen aussieht, ist halt das, was mich dieses Jahr halt auch wieder begeistert hat. Ich bin einfach, klar, auch ein Fan von Liquid Lipstick, von dem von LH Cosmetics geworden. Aber da ging es halt auch um die Haltbarkeit, wenn ich dann sehr viele Videos gedreht habe und so. Aber wenn es um den Alltag geht, um das normale Leben, sonst auch ein Stück weit drumherum, lieber ein Lipgloss oder halt eine einfache Lippenpflege, die vielleicht eine leichte Tönung mit drin hatte. Genau, dann, wenn man mag, einfach die Haare auf oder die Haare zu. Schmuck ist ja schon am Start. Und dann habe ich jetzt einfach mal inklusive Quatschen in einer Dreiviertelstunde hier einen Look gefilmt. Und das war sehr, sehr schnell. Nicht mal 40 Minuten habe ich gebraucht, wenn ich das hier auf meiner Uhr richtig sehe. Und mir gefällt es einfach richtig gut. Also damit fühle ich mich super wohl. Und das kann ich euch durch die Bank weg, sofern ihr an manche Produkte noch rankommt. Absolut empfehlen, wenn ihr halt auch so die Präferenzen habt wie ich, dass ihr auf Glow steht, dass ihr halt auch auf Grün steht. Und ja, also es funktioniert alles super zusammen. Ich finde, meine Haut sieht nicht nur gut aus, sondern sie fühlt sich auch unfassbar gut an. Und vielleicht konnte ich euch jetzt in diesem Video auch den ein oder anderen Hack, den ein oder anderen Kniff mit an die Hand geben. Ja, dann würde ich einfach sagen, vielen Dank für dieses wundervolle Jahr mit euch zusammen. Es kommen natürlich dieses Jahr noch weiterhin Videos auf diesem Kanal, gar keine Frage, zum Beispiel ein Aufgebraucht-Video. Aber ich wollte es einfach nochmal erwähnt haben, dass ich es unfassbar, unfassbar großartig finde, was wir hier zusammen erschaffen haben. Und dass ihr einfach mit an meiner Seite seid. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle an euch. Denkt auf jeden Fall dran. Heute, ich denke um 19.30 Uhr, müsste das Video von der lieben Sarah Isabel online kommen. Sobald es verfügbar ist, ist es in der Infobox verlinkt. Irgendwie ist die Kamera schief, aber damit kommen wir klar. Genau, dann würde ich sagen, treffen wir uns dort bei ihr, wenn ihr mögt. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.